ein bisschen verschnupft erkältet was geht bei euch bin froh wieder hier zu sein erst mal wieder checken ob der stream läuft was tut er so freunde dann habe ich mich zu groß gemacht jetzt passt das gut ich habe wieder so komischen streifen über meinem kopf weil die webcam wieder denkt da ist kein green screen kann man leider nicht beeinflussen so freunde wo war man das letzte mal stehen geblieben überhaupt genau stimmt ich wollte noch ein paar raubzübe machen um das schiff zu verbessern aber erst mal in der die in die der lust auf ein raubzug du Junge Blast Willkommen in Echse. Was geht? Gut, schauen wir mal, wie das mit der mittlerer Besetzung ist. Na stimmt, wir haben ein Karolinkaschip gemacht. Stimmt, ja. So, wo ist unsere, sind unsere ersten Opfer? Wo sind sie? Ach so. Anscheinend wurden wir erwartet. Boden bereit macht, schießt! Bereit! Wo ist er? Schießen! 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 Segel! Oh Gott! gut wo war man das letzte mal hey willkommen willkommen mal wunderschönen morgen wünsche ich was geht ja wir fahren hier mit dem chip um in einem schönen schönen sonnenschein und stürmen hier alle ins wasser los stimmen wir haben wir den hammer exe flusswacht feuer des himmels kannst du behalten das schwein hier oben verrückt ich kann nichts mehr redet auch nichts verrückter aber dann war angezündet das hebel oder wie ging das noch mal wisst ihr das noch wie läuft denn das noch mal guter beuten verschwinden das lager gelegt zurück an bord los weiter gehts zurück rechts ran so und jetzt kommen wir in unbekannte gefilde so erwartet hier vorne aber schon ist los los hier haben wir kein pferd zumindest schon mal hier als fixiert sich meine maus da oben als mal ich glaube die macht nicht mehr lange jung 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 was ein langer weg hier dieses dorf los los wiedersehen wir haben noch kuh für den special angriff keine schätze hier war ja glaube ich aber schon mal so und jetzt guck mal da drüben da unten war die kiste mit dem schlüssel schlager das fenster ein junger ok als ob ich so gut läuft Prozent das Maul mit dem Hammer Jungs hier rein helft mir aufbrechen los los so haben wir schon mal 100 gegant wir sind hier fertig zurück zum Schiff die kirche und ab hinein ins Loch wir haben keine Flussraubzug und zurück zum Schiff brennt alles nieder dann hier einklinken freunde und zurück zipline event so warte mal so kann man das so lassen oder so auf aus Schiff 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 eigentlich arg es geht also alles alles fein abfahrt zum simply verscheid wu und dann du bist du Ah, ist auch mal kaputt. Junge. Ey, was ist dein Problem? Hüpft du einfach vom Schiff. Aus dem Maul, Schammützler. Oh, komm mal wieder niederhacken. Irgendwann mit dem Hammer. Da wieder Miniacse. Aus, maus. Er ist tot. die sind da für einen Schaden wir dürfen keinen Mann verlieren ich bin bei euch Brüder ich muss gar nicht wegrennen weg aufs Maul Huck, 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 alter ganz behalten, Digga du auch wohin kommst du nicht du Arme ich weiß doch nicht was dir bei denken ey was die sich erlauben können so wie kommen wir da rein wir kommen in die Hutte rein durchbrechen Freunde ich brauche hier drüben Hilfe so machen wir mal die Kiste hier auf was geht was geht ausländische Güte er hat bloß 50 das war's verschwinden wir hier noch eine Kiste ach ja so dann können wir noch 50 oder 100 ausländische Güte mitnehmen dann müssen wir wieder zurück ja ja abfahrt segel setzen drüben schon schon den mast legen drüben schießen 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 bereit ob es durch ihn durchgegangen ist na egal, fahr da los, komm lasst sie, lasst sie was schnell so, wir nehmen nicht das rechte hier wir nehmen das dicke kloster da vorne links noch mit was da drin ist holt das seglein schießen 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 gut, haben wir gelegt da holen wir uns jetzt fest Schmaus oh, die ist aber dick wir machen sie kaputt fest an der echse auf die welle und die bogenschützen legen schießen 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 akk kkk alle Prozent z aber er wird ein Kriegs Eisenberg Sehr big. Die haben hier auf jeden Fall schon mal mehr Schaden gemacht, da jubb. Hier Stück hab ich nur. So. 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 So, was das für eine heftige Burg, Mann. Widerstand hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hier zu sterben, was ist passiert? Nein, was ist jetzt? Komm auf, Freunde. Räume mal auf. Jetzt nimmt ihr euch raus. So, jetzt gibt's Backenfutter. Hey, wir haben zwei Zuschauer, willkommen, willkommen, meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass du rein schaust. Ich würde sagen, du stirbst jetzt. Schaust dich auf. So. Wollen wir mal was anschätzen. Ja, auf der andere Seite vom Turm, ey. Kann ich da drüben nochmal hoch? Da oben geht's rein. Da oben geht's nicht rein. Ich dachte. Hier geht's rein. Nein! Wir haben drei Zuschauer einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich willkommen, willkommen. Was geht? Wir machen hier gerade einen Flussraubzug und der dauert auf jeden Fall schon mal länger als geplant. Ich wollte nämlich eigentlich nur einen kleinen kurzen machen. Wir sind jetzt schon seit halben Stunde dabei. Aufbrechen, Freunde. Hey! Ich schaffe das nicht allein. Ich frage ich jetzt, kommt hier jemand rein? Wir können die hier gar nicht rein, was ich bin. Ich brauche Unterstützung! Los! Freunde! Das ist eine fette Beute! Mantel des Heiligen Georgios. So, so. Was gibt's denn hier noch so? Tested. Oh, das ist noch ein Schatz. What's happening? Erstmal da hin. Okay. Ich bin aber durch die Wand gelaufen. So. Ausländische Güter sind voll. So. Oh, das ist das. Nervig mal! Juch, wie viel shit hier über alles. Was ist hier noch? Wir können es nicht holen, weil wir voll sind. Shit. Ja, Lede und Eisenerz. Nice. Gut, dann lassen wir das eine übrig. Darüber meine ich noch was. Irgendwo. Komm in da jetzt drin. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut, mein Freund. Gut, Raumzug abgeschlossen. Abfahrt. 32 Minuten, ey. Raubzug gemacht. So, Raubzug beenden. Wie geht das? Äh, geh, ne? Ja. Ab, zurück. Erfolgreich herabzug wollen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, schauen wir mal, ob es mal die Grafikkarten... ...Kühlung umgestellt... ...Kühlung... ...So... Ja, und sie ist schon kühler. Nice. Lust auf einen Raubzug? Ich würde hier gerne mal ein bisschen das Schiff verbessern. Nice. Nice, nice, nice. Wir verbessern dein Schiff. Gut. Dann, Freunde, haben wir es soweit. Äh. Guck mal hier, was ist denn hier los? Sprechen wir mal mit Heitam. Heitam, was geht. Heitam, was geht. Okay. London wurde vom Orden bereinigt. Vorerst haben sie dort keine Macht mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Ich würde sie gebührend zelebrieren, doch nun leidet Jovovik unter demselben Befall. Die Stadt wird von Nordleuten beherrscht. Ich sollte dort leichter Verbündete finden. Das ist ein hoffnungsfroher Blick darauf. Sprich mit Randvi, wenn du dort hinreisen möchtest. Brauchst du irgendetwas? Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner guten Dankbarkeit sollst du dies haben. Es gilt noch weitere Siegel zu sammeln. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja, krass. Wir haben uns da gedroppt. Feuer-Damage. Mhm. So, wo muss ich denn hin? Wo müssen wir denn hin? So, Mission, was haben wir denn gesagt, was wir machen? Ochsenerfortsgirr. So, wo ist das shit? Nein, dem Ding hier. Ja, würde ich sagen, äh... Fahren wir da doch einfach mal hin. Und nehmen... Nehmen das dann von hier unten mit, weil hier haben wir ja schon durchgecleared. Da sind noch Pages. Musch, Musch. Ja und rein, Freunde! Oh, Mann! Schön reinziehen, ey. Ich muss schon nicht mal den Gehörgang scheppern. Okay. Okay. So. Lauf. Lauf, mein Freund. Lauf. Abkürzung, why not? Ich sollte mich vermummen. Vermummne ich mal, Junge. Was geht so. Wollen nur noch dieses kleine Zettel hier haben. Dann sind wir auch schon fertig hier in Runde, ne? Runde. Abgestichert. Vorne ist es. Auf dem Bäumchen oder in der Luft? Auf dem Bäumchen oder in der Luft? Uuuuut. Dann schreien wir das mal. Aber natürlich ist das Blatt mal wieder schneller als wir. Go on. Na, wo laufen wir denn hin? Stehen geblieben, Zettel! Geh doch hoch! Ach, Halleluja, ey. Haha. So, London. Abgeschlossen. Geh doch hoch! Noch den Schatz mitnehmen. Dau, du darfst gerne schneller reiten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du jetzt schneller reiten würdest. Hey, seht an, seht an! Sooo. Zwei Schätze sogar. Was geht? Tür ist zerschluss. Gut, wir brauchen erstmal den Schlüssel. Das ist ja richtig versteckt gewesen. Jetzt öffne die Türen. Was? Was haben wir hier? Guck, der Nickelware. Zucker. Und Titan. Noch besser. Noch besser. So, da ist noch ein Schätzchen. Und da ist auch noch was. Das nächste. Jungen, was sind denn da vorne noch so viele Schätzchen? Haben wir wohl was übersehen, Freunde? Genau wie hier. Was haben wir da übersehen? Sagt der irgendwas? Sagt der irgendwas? Haben wir wieder eine Schatzhautkarte entdeckt? Auch gut. Dann... Dafür noch. Ja! Ne. Was brauchen wir noch? Müssen wir noch mitnehmen, Freunde. Wir können ja nichts uncollected lassen. Ja! 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 Die hätten wir auch. Dann einmal davor. Wir nehmen die Mission mit und machen dann die. Ja! Was lässt du so lange? Als ob es mein Game jetzt aufgehängt hat. Ja! Und es hat sich aufgehängt. Tja! Das ist scheiße! Ich habe dich jetzt mit dem Nun. Ja! Ich habe dich in deinem Verb. Wie geht weiter? Du drittigst! Ja! Du drittigst! Deine! Wann? Du drittigst! Du drittigst! Vielen Dank. Bisschen Reutig, dass mein Game jetzt schon wieder abgeschmiert ist. Reutig, Reutig. Reutig, Reutig. So, ein bisschen Lüfter getunt. Und dann schauen wir mal, wie sich das auf die Temperaturen auswirkt. Aber wie gesagt, Reutig, dass es abgeschmiert ist, Freunde. Was soll? Gehut, Vorsitzende. So, da sind wir wieder hier. Dann markieren wir jetzt nochmal das, wo wir hinwollen. Ja, reiten wir direkt dahin. Und los, holen wir uns die Schätze der heiligen Kirche. Hammelsham. Ja. Dickes Equaduct. Da vorne ist das Ziel unserer Begierde. Schauen wir mal, ob sich das auch easy legen lässt. Ich glaube, wir sind hier auf diesen krassen Eifer gestoßen. Habt teil des heiligen Alban. Zeig mir, was vor uns liegt. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ohne Aufmerksamkeit zu erregnen. Ich muss auf die andere Seite. So, wir haben einen eingeschlagen. Wir kommen da rein. Wir kommen da rein. Aber den haben wir. Ich muss auch weg. Ich weiß, hier drin ist gar nichts aus. Haben wir schon geblindet? Haben wir schon geblindet? Dann nehmen wir wohl nur noch die Kleinschätze mit. So, den haben wir auch. Den nehmen wir mit. Schön mit der Axt weggemarscht. 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 Da geblieben. Da, das kann man bewegen. Oh mein Gott. Ich auch drauf kommen können das letzte Mal, was hier war. Was ist das Hammer? Was ist euer Problem, warum hast du mich denn, Alter? Hey, was geht? Guten Morgen. Alles frisch? Schön, dass du da reinschaust. Welches Level bist du? 176. Und du? Ah, diese Speerträger sind echt am nervigsten. Ah, 140. Nice. Wie ich es einfach nicht locker lässt da oben. Was ist das Hammer? Ja, so langsam werden die Gegner mal ein bisschen schwerer, beziehungsweise dieses Kloster hier ist relativ schwer. So, aber wo sind jetzt meine Schätze die ich noch nicht habe? Da ist einer drin. Auf jeden Fall da noch ein bisschen trainieren und leveln und sammeln und looten. Also, dass du im Level steigst, ey. Ich habe mich überlegen. Da ist 400. Das ist schon eine andere Hausnummer. So, das ist keine Türen. Marsch. Böse. Alles. Schlange machen Abgang, ich muss hier raus. So. Zwei Schätze haben wir noch. Und. Da drüben ist noch was drin. Aber wie kommen wir da rein? Das ist ja die Frage. Hier auf die Tür schießen. Wie kommt man da rein? Hauptsache habe ich noch nicht durch, ne. Ich habe immer nur, ähm. Ich habe als allererstes hier Grandabrück Skyr komplett gelootet. Dann die Quests gemacht. Dann das hier komplett durch. Also hier die ganzen Schätze, Reichtum, Artefakte. Rätsel, Reichtum, Artefakte geholt. Dann das durchgespielt. Das habe ich hier wiederholt. Und jetzt sind wir gerade hier angekommen in Oxenfort Skyr. Und ich loote jetzt quasi hier hoch bis zur ersten Hauptmission. Und dann machen wir die komplette Story von dem Land durch. Und dann gehen wir wieder zum nächsten Land. Und immer so weiter. Bist du denn schon durch mit der Story? Wie kommen wir da rein, Freunde? Wie kommen wir da rein? llamado ich weiß nicht, aber ich so rein. Ich weiß nicht wie das ist, aber nicht. Was will ich sagen? Wir wollen mich nicht in der Reihe resignieren. Ah no! Ja, war halt dein Fall. Ne, noch nicht, aber ich kann dir jetzt auch schlecht sagen, wo ich grad bin, weil ich dich nicht spoilern kann. So. Ja, wir sind jetzt grad... Du musst von der anderen Seite versperrt sein. Mann! Kann ich da nicht rein? Was haben wir gemacht? Genau hier, Burgred, glaub ich war das hier oben. Burgred haben wir gelegt. Und jetzt sind wir hier in diesem... Dingsbums. Ah, Asgard hab ich schon komplett durchgemacht. Da hast du diesen Trank getrunken, ne? Hast du von dieser Valka diesen Trank bekommen, wo du dann einschläfst und nach Asgard kommst. Ja, Asgard hab ich auch komplett durchgeludelt und dann alle Missionen gemacht. Fand ich ganz geil. Also Asgard fand ich echt ganz, ganz cool. Sehr interessant. Ah, ja. Wenn dann viel Spaß dabei auf jeden Fall. Wird geil. Was haben wir hier? ein römisches Artefakt. Nice. Wir haben wieder Fertigkeitspunkte. Zwei Stück. Wir kommen immer näher zu unseren versteckten Pfeilen. Und wir haben unsere versteckte Pfeile, Freunde. Nice. Wir können nicht mehr abbrechen. So, wie gesagt, die holen wir von einander. Da ist gar kein Turn drauf. Oh, das ist seine Mission hier. Ja, wenn du immer aktuell sein willst oder so. Genau, wenn du Bock hast, kannst du hier aufs Herz ballern. Kannst auch mein Discord kommen, kannst auch mein YouTube. Überall, wie du Bock hast. Wer nice. Das ist natürlich nicht. Eidrickxp.de. Alter, was? Da ist nicht zugehört. Ja, ist gut. Na gut, haben wir jetzt irgendwas markiert. Machen wir noch die eine Mission. Oh. Ehrenmann. Oh, mein Mikro macht einen Abgang. Ehrenmann dafür. Schau da draus. An idrickxp.de. Mit dem Namen aussprechen habe ich es nicht immer so. Neuer Ort entdeckt. Äquaduct. Ah, und wir haben hier wieder einen neuen Riss. Das machen wir noch, Freunde. Dann muss ich mal einkaufen gehen, bisschen Spott machen und so. So. Dann bin ich in der Stunde. Aber erst war das hier dann. Oh. Das ist ein bisschen was. Und rein, Freunde. Jo, was ist denn das hier für ein Rätselnetz? Okay. Ich muss das da drüben aktivieren. Ja, Alter. Jetzt einfach nebendran. So. Ich denke, das ist schon mal besser so. So. Darüber. Was ist das hier für eine Plastikfolie rechts von uns? Du bist eigentlich schon viel weiter mit der Hauptstory. Ich kann gerade gar nicht einschätzen, wie weit du bist. Ähm. Ja, gut. Du kannst ja... Ja, gut. Weltkarte kann ich jetzt nicht aufrufen. Welche... Nennen wir es mal Hundesländer da. Wo der Königreich hast du denn schon, äh... Verbündet. Und dann kann ich dir sagen, ob ich da schon war oder wie es aussieht. Oh Gott. So. So. Der ist auf jeden Fall hier. Ach so. Okay. So. Ey. Wir haben fünf Zuschauer. Was geht denn ab auf einmal, ey? schon ein paar. Ja, nice. Sehr gut. Kann ich das jetzt nicht verwegen. So. Meine Frage ist jetzt... Ah. Ah. Ich muss noch wissen, ja. Oh. Ich muss noch ein bisschen hier hin. So. das hätten wir auch schon jetzt ab wieder darüber wieder hier hoch der höchste fort wandert ins herme lande er sucht nach einem Weg seinen Sohn wieder zu belegen er fragt jedes Blatt und dreht den Stein nach Antworten die Stimme kennen wir ich weiß aber immer noch nicht woher um die Siebte das Serum und den Katalysator zu stellen es sollte uns gehören für das Leid das er uns brachte unsere Gedanken sind im Einzernen Liebster sie sind zwei schwingende Seiten wenn der rechte der perfekte Moment kommt gehen wir so was ist da oben dürfen wir uns nicht erwischen lassen von dem roten Zeug oder was Sperre hier rüber und go so das war ja hey wex leila ist zurück ich sehe ihre punkte und zeichen auf deinem monitor leila hey bex vom backend rum sie versucht sich auf den schirm zu kriegen kein glück nein aber sie hat mir gezeigt wie man deine datenpakete entschlüsselt ich muss nur einmal klicken wenn du die daten hast ja krass dann klick mal Was man da immer sieht ne gar keine ahnung Gut wir haben anibus anibus die anibus anomalie abgeschlossen wollen das heißt wir machen das nächste mal bei dem Und dem weiter Wir sind jetzt durch Spielt ihr auf konsole also generell spiele ich auch auf konsole ja playstation 4 habe ich jetzt ghost of tsushima ist gespielt mit dem kollegen oder vor und sowas dark souls 123 blatt voren sekiro also platin übrigens also schwere spiele sind schon geil Aber eine fünfer besitze ich leider noch nicht da bin ich immer noch hinterher Und dann wird die mensch als erstes game geben aber wie gesagt Nennt sich aber jetzt mal ein doktor doktor x trippe Ich bin raus Schön dass du da warst Wünsche dir noch was wenn du noch in der stunde nichts zu tun hast bin ich wieder da also Hau da rein hat spaß gemacht bis zum nächsten mal Geisch Lass Eiz